so wir sind raus aus der gefahr wir haben hier alles mit Holz da noch nicht dann machen wir das mal so und das Holz verarbeiten wir auch so gut es geht oh nein 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 warum brennt denn das plötzlich so ein dreck völlig falsche zeit zum brennen das mit dem brennen kommt gerade gar nicht gut nein 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 wieso brennt es plötzlich auch ihr wollt mich doch verarschen das gibt es doch nicht ihr wisst schon dass es gefährlich gerade ist ne leute hier kann uns wieder irgendwas rein purzeln wer hat der da jetzt rumgekogelt hier das gibt es nicht das geht mal wieder über mein verständnis hinaus das hat doch da drinnen die ganze zeit super nicht gebrannt und jetzt auf einmal fackelt mir hier das halbe wohnzimmer weg zum glück waren wir anwesend also denke ich dass wir hier doch glas fortsetzen das heißt wir können das vorher wieder anmachen aber ich möchte neue texturen fürs holz ich finde das holz langsam hässlich und ich werde zunehmend nervöser wenn es um dieses kamen kamelteil würde ich sagen kaminteil geht die musik in minecraft ist auch nicht gerade beruhigend naja bleibt da schön drinne feuer wie dunkel ist es hier dem haus kriegt man ja angst ok dann würde ich sagen legen wir uns mal ne runde schlaf mit dem schwertchen in der hand und hoffen dass dann hier gleich das zuckerrohrschchen gewachsen ist und ich höre den zommen ich höre den zommen und sterben das gehört für euch auch ja helfe oh da war ja niemand unser altbekannter feind der creeper man hat kurz seinen kopf gesehen da ist er ja so jetzt ich bin dafür dass wir jetzt auf creeper jagd gehen tagsüber ist die creeper jagd eröffnet ha 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 die knochen sammeln wir natürlich gerne ein sehr gerne sogar auch spinnen sind jetzt freiwelt verräte euch das tier du hast dich auf die seite der untoten geschlagen hm was können wir jetzt hier noch bauen hm 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 können wir vielleicht mal das loch schließen was durchs feuer mir aufgefallen ist quasi dann brauche ich keine angst mehr haben dass mir von oben was reinläuft wie soll ich da baue wenn ich da oben eine schicht erde raufbringe haben wir noch mehr erde bei natürlich so 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 klapp 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 wir erhöhen noch unseren kamin um ein kleines stück wehe es brennt da unten wieder so würde ich sagen und dann schade ich wollte jetzt noch hiveslaps draufpacken Hat der wir gerade nicht im Angebot. Es sieht gleich etwas schöner aus. Ich bin so ein richtiger Gummibär geworden. Ich springe nur noch nervös in der Gegend rum. Zuckerrohr. Volles Zuckerrohr. Was entwickelt sich zu einer schönen Plantage? Jetzt können wir hier unser Kraut anpflanzen. Ich habe mir überlegt, wir werden einen Aufstieg nach oben bauen. Und hier oben drauf bauen wir uns aus Lehm ein Haus. Aber um so einen Aufstieg zu bauen, brauchen wir Leitern. Kein Problem. Und wir brauchen das hier. Auch kein Problem. Holz haben wir ja ohne Mass. Wow. Bist du dir ganz sicher, Huni? Ich denke mal, so viel werden wir gar nicht an Leitern brauchen. Aber vielleicht mal für spätere Zwecke. Mal hier und da mal eine Leiter bereit haben. Warum nicht? Leiter. Warum muss ich gerade an eine Klo-Schüssel denken? Mysteriös. Mal hier. Mal hier. Mal hier. Mal hier. Mal hier. Davon wegen schon fast zu viele. Wir haben schon fast zu wenig leider für das. Und hermit. Machen wir das mal so. Dann komme ich mir leichter hoch. Von hier so. Können wir nämlich hier ran springen. Zack. Perfekt. Dann bauen wir uns hier eine schöne Blockhütte hin. Mit Cobblestone. So. Das ist jetzt erstmal ein Versuch. Und dann später gucken wir mal. So, 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 so. Kann ich vielleicht gleich? Ha. Nein. Du noch nicht. Ach. Mensch. Das soll natürlich nicht gleich das Haus sein. Sondern das ist erstmal so ein Aufstieg nach oben. Oh, es ist so hoch. Oh, ouch. Oh, irgendwie klar. So. So, so, so. Bauen wir uns da so ein kleines Türmchen hin. Dann habe ich mich jetzt gerade dazu entschlossen das so zu machen. Okay. Okay. Also, so 40cen Marker.